Also ich bin jetzt hier in der glücklichen Situation, so ein Team um mich rum zu haben, auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2018. Wir alle wollen sehr, sehr erfolgreich sein. Natürlich war ich in der Zeit von dem 7. Februar 2009 und 9. Februar 2009 bis heute schon oft in der Situation, dass ich überlegt habe, meine Karriere zu beenden. Und deshalb werden wir, auch das hat die Analyse der letzten sechs Jahre in meinem Leben gezeigt, erst aufhören, wenn wir entweder tot sind oder wenn wir gewonnen haben. Ansonsten möchte ich auch sagen, dass ich ganz, ganz stolz bin, dass Matthias es sozusagen möglich gemacht hat, meinen Traum, dass ich den jetzt auch leben darf, in einem eigenen privaten Team, in dem sogenannten Team Pechstein, the Internationals 2018. Und wir ändern den Namen natürlich noch nach 2018 auf 2022. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.